Hallo und willkommen zurück bei Minecraft. Ich bin auch immer so begeistert von dem Spiel. Ey, du hast aber währenddessen ich nicht da war, hast du aber gut rumgebuddelt, ja? Ja, ich habe rumgebuddelt, weil unter der Erde haben die Shader funktioniert. Ich bin rausgegangen und alles ist wieder abgeschmiert. Ja, ich weiß nicht, ich muss halt leider ohne Shader spielen. Keine Ahnung, was da. So, wir haben aber, Rika, du knusperst. Warum knusper ich? Ich weiß es nicht. Das war doch eben die ganze Zeit nicht. Ich höre wieder Handystörungen. Ja, ja. Lass es unterm Tisch. Es lag die ganze Zeit da unten. Ja. Gut, ja, wir haben beschlossen auch hier zu bleiben, weil hier ist eine hübsche Gegend, finde ich. Und es sind auch nicht so viele Bäume wie da hinten. Da ist das Waldviertel. Ja, genau. Weil das ist ja auch Österreich. Dieser ganze Berg hier ist ganz Österreich. Aha, okay. Ja, und da ist das Waldviertel. Das Waldviertel gehört aber auch zu Österreich. Ja, das ist ja egal. Gut. Hier fängt Österreich an, hier mit dem Berg. Und da vorne ist Deutschland, deswegen ist da so flach und so. Pfff, pfff, pfff. Ah ja. Und wir sind auf den Alpen, oder wie? Ja, wir sind, wir übertreiben mal wieder maßlos. Ja, gut. Au, ich habe den Knöchel gebrochen. Oh, willst du da bloß die Kraft haben? Ja. Ich habe schon Pläne, was ich hier baue. Ja, einen Moment. Wir müssen den Zuschauern mal zeigen, was ich gemacht habe, während... Ja, du nimmst ja eh auf, deswegen kannst du da ja hin. Ich kann ja hier schon mal anfangen, oder was? Ja, ich komme dann zu dir. So, und zwar war mir heute vor... Puh, ist doch hoch. Vormittag etwas langweilig. Ich brauche immer Holz. Verdammt. Und ich habe nur eigentlich Scheder-Test und ein bisschen gebuddelt und dann... Weiß nicht, ich sage einmal so, ich bin auf der Buddeltaste hängen geblieben. So, Tür auf, Tür zu. Elegant ausgedrückt. Warum habe ich jetzt nicht so wenig Frames, sag mal? Man weiß es nicht. So, und wir gehen hier, das habt ihr gekannt da oben, das war unser Unterschlupfer. Für die eine Nacht. Unser Liebesdomizil hier. Jetzt gehen wir hier weiter. Übertreibt immer. Warte mal. Kann ich von hier aus ins Wasser springen? Du willst nur nicht, dass alle das wissen. Ah! Oh, das hat sich ausgegangen. Ich bin ins Wasser gesprungen. Bist du verrückt, es wird dunkel. Ja, dann komm rein. Ja, hallo, weißt du, wo ich bin? Nein. Ich schwimme hier in der Lagune umher. In der Lagune. In der blauen Lagune. Uh. Ach, hier. Uh. Ja, geht's ein bisschen abwärts jetzt hier. Tack, 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 tack. Und hier bin ich schon am Grundgestein. Hier bin ich einmal gestorben. Da ist mir die Lava auf den Kopf gefallen. Dann habe ich hier so unseren, äh, ja, das ist unser Jacuzzi praktisch. Und, äh, das hier sind unsere römischen Hallen. Ich mache jetzt Tag, ne? Nein, du machst nicht Tag. Ach, Mann. So, und das ist unser Lava gedöhnt, werde ich nicht, Vorrat. Ich kenne mich ja da nicht aus. Ich habe nur gefragt, ob wir Lava brauchen. Hab's gestern? Ja, gut. Ja, ja, wir brauchen Lava. Auf jeden Fall brauchen wir Lava. Äps, ui, pardon. Ihr seht auch, hier ist noch einiges zum Abbauen. Ich bin nicht zu allen gekommen. Hier ist das Klo. Dunkeln ist gut munkeln. Oh, was ist denn das hier? Oh, hier kann man auch noch voll was geiles Ding von bauen, ey. So, man sieht, hier ist noch ein Redstone. Ah, Kohle, Eisen war auch gerade da irgendwo. Also, es ist noch genug vorrätig hier in dem Berg. Man kann ja auch nicht... Ey, da ist das dunkel hier, ey. Da kann man auch rauf kurz. Da kann man das so kreislatschen. Toll, ich habe jetzt auf hell gestellt, ist immer noch nicht heller wie vorher. Also, bei mir ist es angenehm hell hier. So, jetzt müssen wir da wieder... Warte mal, wo bin ich denn hingekommen? Ah, ich bin hier, passt. So, und das habe ich halt freigelegt, heute Vormittag. Gut, da hinten unsere Schwammerl. Ich weiß schon, wer sich darauf stürzen wird, irgendwann. Rikalein? Ja, bitte. Du bist so ruhig. Ja, ich mache hier Licht im Teich. Und das Licht im Teich. Machst du einen beleuchteten Teich, oder wie? Ja. Weißt du, wie sauerdunkel das hier ist? Nein. Ich gebe es auch mal wieder auf. Ach, das spiegelt aber auch schön, du. Das ist alles Sand hier. Warum ist das alles Sand? Oh, Sand kann ich Sandstein machen. Praktisch gesehen, könnte ich in einen Sandstein... Was? Ich glaube, wir haben Sand. Dreck haben wir, nicht Sand. Ja, ich glaube, in der Kiste habe ich Sand reingelegt. Ja. Ich schaue da gleich. Weil da unten habe ich ja Sand abgebaut müssen. Und das ist ja so bescheiden, weil die Blöcke ja drüber runterfallen. Ja. Was glaubst du, wie oft ich hier unter Wasser war? So, ich schaue da gleich. 27 Sandblöcke haben. HAAA! Was jetzt? Hab ich. Du, du, du verspielst mir eben jetzt. Ach Gott. Wo bist du denn? Guck mal, kommt da so ein Fisch. Im Teich. Das gibt ein Kripp hinter mir, ja. Hast du Redstone mitgenommen? Nein! Tut mir leid, dass ich eben so geschrien habe. Alter, hab ich mich erschrocken, ey. Boah, ich hab nur zweieinhalb Herzen. Ich bin das Dehem. Ey, du musst mal hier runtergucken. Wenn du oben auf dem Berg stehst, müsstest du mich eigentlich sehen können hier in meinem Lagünchen. Hier kommt grad ein Skelett, warte mal. Stirb mir nicht. Oh, Alter, der, der, der Morgenstern. Oh. Also du bist der in Sicherheit, oder wie? Ich stehe mitten im Wasser und da hinten läuft ein Creeper rum, ey. Ja, was soll ich jetzt machen? Wie kann ich dir helfen? Du kannst mir nicht helfen. Ich beleuchte grad den Teich. Und auf jeden Fall noch Schweine. Das ist der Pisser, ey, von Creeper. Ja. Habe ich eine Chance gegen ein Skelett? Mit einer Eisenschutzsacke? Äh, nö. Hallo Skelett. Sie ist patrouilliert da vor der Tür. Einmal nach links, einmal nach rechts. Ich baue hier aber mal so. Ich mag niedrige Räume nicht. Ich muss da immer... Ja, aber die Treppen machst du immer so, dass man sich den Kopf anstößt. Ja, du hast mir gesagt, dass ich da nur zum... irgendwo hinkomme. Da ist der magische Block. Er fliegt in der Luft. Was? Ja, da fliegt was in... Oh, Sternschnuppen. Ich weiß ja nicht, ob man von dir da oben, äh, den, den Teich hier unten sieht. Ah, nicht schon wieder! Ich kann nicht drauf gehen. Ich hab... Vor der Tür hab ich ein... ein Skelett drin lassen. Ja, besser ein Skelett als ein Creeper. Bist du verrückt? Hilfe! Ja. Ah! Immerall! Ich hoffe, du stirbst jetzt nicht. Ja, da, da, das ist das andere Ding. Hilfe! Ja, wie? Oh, nee. Ich bin hier gerade, glaube ich, auf dem Plateau. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ja, ich kann's nur so machen. Ah, spinnen! Creeper scheiß drin! Ich mach die Wand an, ey! Ich weiß schon, warum ich immer auf Friedlich spiele. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich bin unterwegs! Okay. Vor der Tür ist ein Skelett, gell? Super. Ich probier uns gerade einen zweiten... Nicht nur eins! Ich probier uns gerade einen zweiten Ausgang zu buddeln. Also ich bin jetzt ganz oben drauf. Wo ist denn hier der Eingang? Ich seh deinen Namen. Du siehst meinen Namen? Ja. Ja, ich buddel mich gerade nach oben. Ich glaub, ich bin gerade genau neben dir. Ich seh deinen Namen nicht. Ah, da bist du! Hallo! Hey, du hast die Fackel! Warte! Lass mich rein, lass mich rein! Oh Gott! Sicherheit! Huh! Jetzt mal was essen! Alter, ey! Was für eine Odyssee! Hast du dich gerade nach unten gebuddelt? Ja, natürlich! Ich war froh, als ich da oben weg war! Jetzt kann ich das wieder... Ah, reparieren alles hier! Ja, dann mach's doch einfach zu! Nein! Du kannst auch eine Leiter dran bauen! Nein! Außerdem, wir hatten gesagt, dass da ein Weg nach oben soll! Ja, ich! Du machst den ganzen Berg kaputt! Ja, und? Hier ist was los! Apropos, wir haben noch Wolle, glaub ich, ne? Ja. Ich glaub, ich baue uns mal ein Bett. Ja, baue uns ein Bett. Ein Doppelbett. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das ging. Das ist ja eigentlich nur ein Notausgang hier bauen. Oder Eingang. Oh, leck mich am Arsch! Wie ging das denn jetzt noch mal ein Bett? Und sie ist wieder helle im Übrigen. Hm. Deswegen sterben die. Ach, so muss ich das machen. Ja, das ist klar. Ich hab ja nur eine. Hast du noch Wolle zufällig, eine weiße? Ich hab vier Wolle in die Kiste drin. Ach so. War nur drei, aber egal. Ja. Alter, stirbt alles. Was ist das für ein Tier, was Ei-Ei macht? Das ist so. Was ist das für ein Tier, was Ei-Ei macht? Ja. Ich nehme an, das war ein Zombie. Ja, es ist gerade verbrennt. So, Schnucki, ich baue hier Betten hin, aber da können wir erst nehmen, wenn es dunkel ist, weil, äh, äh, weil das erst geht, wenn es dunkel ist. Okay. Und dann setzen wir nämlich hier unseren Spawnpoint auf, äh, automatisch. Okay. Ich könnte ja mal eine Tür bauen, oder? Könntest du machen, ja. Ja. So. Hä? Wir sind ja noch ein Skelett. Oh, steht genau um Elke. Oh, ne, du. Warum habe ich noch eine Tür? Wie viele Türen habe ich denn gebaut? Ach du Scheiße. Ups. Ja, egal. Ich habe jetzt, äh, noch zwei Türen hier drinnen. Okay. Sand. Sand ist schon mal nicht schlecht. Hast du noch eine Tür über? Hä, sind alle in der Kiste? Ich habe Tintenbeutel. Toll. Übrigens, wenn du zwei Kisten nebeneinander baust, kriegst du eine große raus. Okay. Werde ich das überleben? Wie hoch überlebe ich einen Sprung? Äh, nicht hoch. Oh, Scheiße. Da wollen wir hier die Kiste mal ein bisschen aufräumen. Er ist ja hier wie Kraut und Rüben. Hm. Wer ist denn hier eigentlich so der Ordnungsfetisch? Du, oder ich? Hm. Ich meine, ich schmeiß eigentlich auch immer alle so in die Kisten rein. Solange ich noch keine mehreren Kisten habe zum Sortieren, ordne ich eher wenig. Erst wenn ich mehreren Kisten habe, dann wird es schlimm mit mir. Andrasit. Machen wir es erstmal so. Als hätten wir noch nicht genug Cobblestone, packe ich hier natürlich noch welchen drin. Okay. So, Eichensetzling. Fleisch, ein bisschen Dreck habe ich hier noch, den könnte ich da mit rein tun. Tintenbeutel. Mit Eisen, bevor ich sterbe. So, ich habe da so ein Türmchen in die Höhe gebaut, damit man den Eingang schneller findet. Ja, du brauchst alles effektuell. Ich mache alles schön. Ja, das ist eine Miene. Was willst du? Es schön haben. So, Stöckchen. Brauche ich mir gleich eine Eisenspitzhacke und sowas oder Axt oder was? Ja. Aber weißt du, wieso ich das gebaut habe? So? Hm? Ja, falls wieder irgendwer in irgendein See fällt und dann schnell wieder zurück muss, dass er das gleich findet. Ach so. Ja. Natürlich günstig. Ja. Aber ob die Rika wieder in einen See fällt oder nicht, erfahren wir leider erst in der nächsten Folge. Also, tschüss, baba. Tschüss, tschüss.